Hallo, ich bin Ann-Kathrin Erdmann, Baufinanzierungsexpertin bei der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, eine Immobilie zu kaufen oder ihr Traumhaus zu bauen, dann ist das jetzt eine gute Idee. Vor allem bei den aktuell niedrigen Zinsen. Viele suchen im Internet nach einer passenden Finanzierung. Und viele lassen es auch schnell wieder bleiben. Denn aus der Flut von Informationen werden nur die wenigsten schlau. Wie viel Eigenkapital benötige ich eigentlich? Gibt es Fördermittel, auf die ich zurückgreifen kann? Welche Laufzeit passt zu meiner persönlichen Situation? Und wie hoch werden die monatlichen Raten sein? Kann ich mir ein Eigenheim wirklich leisten? Keine Sorge, wir erklären Ihnen ganz genau, worauf es ankommt und welche Fördermittel es für Sie gibt. Jetzt bei mir oder meinen Kollegen einen Termin vereinbaren und persönlich beraten lassen. Volksbanken Raiffeisenbanken – wir machen den Weg frei.